Na ihr Zuckerpärchen? Da bin ich. Es ist Freitag. Ich habe keine Platz. Bei mir kam die Trendreiter Premium Box. Die war ich vom liebsten gekriegt. Die Trendreiter Box habe ich euch schon ein paar mal gezeigt. Da sind immer so Sachen drin aus Lebensmitteln, Kosmetik oder Accessoires. Und ich habe die im 12-Monats-Abo. Hat er da für 29,95 Euro. Ich packe euch auch wieder den Link hier drin. Darauf gibt es 10 Prozent. Aber die kriegt jeder. Weil man Influencer oder sonst nicht. Ich bezahle meine Boxen alle alleine. Und wenn da jemand den 10-Prozent-Rabatt-Code nutzt, dann könnt ihr nachher auch nutzen. Wenn ihr Kunden seid, könnt ihr eure Freundin oder einen Freund weitergeben. Wenn dann drei Leute darauf bestellt haben, kriegt ihr so eine Premium Box. Und da ist meine Premium Box. Haben ein paar Leute bestellt. Haben die 10 Prozent Rabatt genutzt. Und als Belohnung sagen die dann immer, dafür kriegt ihr auch was geschenkt. Fängt super. Müssen sie ja nicht machen. Machen sie aber. Ich glaube, bei so einer Premium Box ist ja kein Heft drin, was viel viel kostet. Aber ich weiß, die Premium Box hat immer einen Wert. Ich glaube, von 170 Euro oder so. Hab ich so in Erinnerung. Gepackt hat Sir Francis. Die habe ich schon. Genau. Wenn ihr nämlich zwölf so eine Karte sammelt, in jeder Box ist eine Karte drin, kriegt ihr auch eine Box. Dann kriegt ihr auch eine bessere Box. Ja. Wollen wir mal schnückeln, was hier drin ist? Machen wir mal. Der Frühling kommt. 15 Grad haben wir heute. Ich bin heute schon sieben Kilometer über im Fitnessstudio. Ja. Wir haben ohne Zucker, die haben an mich gedacht, Regula, Schweizer Alpenkräuter. Da ist ja ein Such. Ich habe seit drei Wochen nachts immer einen Dreizuchten. Furchtbar. Dennis, was drin ist, kriegt der Liebste. Salus. Schwarz-Weich. Schwarz-Weich. Kaffee. Softer Lackritzelnuss. Ecknisch. Ecknisch. Und dann ist drinne, was ist ja süß. Eine Samenmischung für Wildbienen. Die habe ich auch jedes Jahr immer. Brauchst du dich ja nicht kaufen. Ich schräg immer nicht, wenn du mir so auf die Wiese. Schon mal schön. Was haben wir denn da drinne? Wir haben Traube und Vitaminwasser. Das ist auch immer gut. Kann man hochtrinken. Und dann haben wir drinne Gewürzextrakt auf Ölbasis. Knoblauch. Ich bin überhaupt kein Knoblauch. Fähne bis Uni-Wochen. Andere lieben das. Aber kann irgendjemand bestimmt wieder eine Freude mitmachen. Das gibt Menschen, die mögen das. Das mache ich immer so. Wenn ich irgendwas drinne habe, das gibt immer Abnehmer dafür. Das finde ich total cool. Ich habe von denen auch das andere Öl. Das ist Drachenkopföl. Das Poweröl. Das sind total cool, diese kleinen Ölflaschen. Was haben wir noch drinne? Ach! Backpack. Eine Tasche. Schick mal. Kannst du auf den Buckel machen oder kannst du auch so nehmen. Schön. Das ist was, was ich auch selber nutze. Taschen brauchst du immer. Ich weiß, dass ich sie je auseinanderkriege. Doof wie ich wieder bin. Da ist sie. Schöne große Einkaufstasche. Ich finde, das finde ich eine Trendreiterbox gut. Ich hatte ja vorher alle möglichen Beautyboxen. Ja, ich brauche 5 Tonnen nur Kosmetik. Will ich nicht. Ich will eine Mischung wirklich aus allem haben. Und da fand ich die Trendreiterbox am besten. Ich hatte alle gehabt. Ich hatte von von My Little Box bis, wie weiß ich was, die Schrottibox. Ich hatte alles gehabt. Ich habe ja alle angestellt. Ein Pocket Quiz. Aber das finde ich schön. Schick mal. Und genau sowas mag ich. Arbeit. Organic Food mit Nuss. Nuss muss ich aufpassen. Hase Nuss allergie. Aber mein Mann kann die denn essen. Und wir sind hier verpackt. Klasse. Kippen wir auf. Will it my friend. Na klar. Oh, die riecht auch schön. Ja, zitronig. Riecht mal. Wie so eine Zitronenbungse. Was haben wir denn hier drin? Gut für dich und die Umwelt. Zwei Spürmittel-Tabs. Oh, sehr schön. Oh, das ist was weiches. Ein Geschenktuch. Also die Preise müsst ihr euch. Das ist, wie gesagt, wert 170 Euro. Was ist denn ein Geschenktuch? Wie wäre das zu blöd, oder? Was haben wir noch drin? Ach, das hatte ich schon mal drin. Da dachte ich wunderbar, was das ist. Das Leben ist eine Wundertüte. Genau. Verblühen wir eigentlich. Da ist wieder Blumensamen drin. Passt ja zum Frühling. Und dann haben wir zwölf Portionen ohne Zucker. Waterdrop. Oh, total lecker. Schmeißt das Wasser rein, dann hast du Wasser mit Geschmack. Ja, so das steht hier nicht ganz so. Das ist eine Deo-Creme. Hatte ich schon ein paar Mal in mehreren Boxen drin. Das ist nicht ganz so meins. Aber das mag ich hier. Von Avant. Das ist so eine Zellulite-Creme. Die fängt total cool. Schweine teuer. Ich glaube, die kosten über 30 Euro oder so. Haben wir noch drin. Frauenstark. Nahrungsergänzungsmittel. Fünf. Nahrungsergänzungsmittel. Mit D3. Ingwer-Extrakt. Natürlichen Hanf. Und Aroma-Extrakt. Das ist nicht schlecht. Da seht ihr. Den hatte ich nur nirgends in der Box drin. Das hatte ich schon mal drin. Fängt total cool. Body Scrub. Kristall Peeling. Das bin ich mit in der Sauna. In der Sauna reibe ich mich damit ein. Und dann. Boah, ich hab so zarter Haut. Ich bin so zart. Das glaubst du ja gar nicht. Und dann noch schönes drin. Von Everdrop. Von Everdrop war schon öfter mal drin gewesen. Die Schauspülmittel. Waschmittel. Das ist ein bisschen dunkel bei mir, wa? Vielleicht wollte ich mal Licht anmachen. Wäre auch mal ganz gut. Vollwaschmittel. Ein Päckchen. Vollwaschmittel. Wie gesagt, das muss ja immer alles nur Kosmetik und Gesiefert sein. Hier Peel. Skincare. Eine Peelmaske für die Gesichter ist die. Peel and Polish. Also, wir peelen und polieren. Kommt auch mit in meine Saunatasche. Was haben wir hier drin? Hier haben wir einen Lippenstift. Farbe Serien. Matt Lipstick. Das wird bestimmt wieder so doll sein, wa? Das sieht wieder aus wie Matka. Da ist er. Sehr angenehm. Ich mag das hier wirklich so kleben. Und dann haben wir drinnen zwei Waschhandschuhe. Aus regenbebesserter Bio-Baumwolle. Und weichen Holzfasern hergestellt. Bleibt lange weich. Besonders saugstark. Da sind sie. Lappen sind immer gut. Lappen. Wir Frauen brauchen immer Lappen. Und hier ist noch ein 10 Euro Geschenk und Train drinne. Sweepashandschuhe. Und das kenne ich auch. Ein achtsames Malbuch für Erwachsene. Das finde ich auch total klasse. Die sind wirklich gut. Kannst du mal, wenn du entspannen willst. Zeig ich euch mal den an. Ich brauche eine Schäbe dafür. So. Ich dir das nur zeigen kann. Hier hast du verschiedene Tests. Und dann. Jetzt hier so. Solche. Motive. Und da steht auch immer. Ein schöner Spruch dazu. Wer einmal sich selbst gefunden hat. Der kann nichts auf dieser Welt verlieren. Von Stefan Zweig. Ich finde immer richtig schön. Du kannst keine neue Zukunft erschaffen. Indem du. An den Emotionen der Vergangenheit festhältst. Dr. Joe. Cool, wa? Ich finde die Box richtig gut. Diese Premium Box. Wer die mal ausprobieren will. Die gibt es in 3 Monats Abo. Somit habe ich damals Glück angefangen. Die gibt es auch Glück als einmalige Box. Ich packe euch den Link. Und ich packe euch auch die 10% darin. Wie gesagt. Die könnt ihr dann selber nutzen. Wenn ihr ihn mal bestellt habt. Bei denen. Dann könnt ihr euren Code auch immer. Weiter anderen schenken. Und kriegt bei 3 mal. Auch so eine Premium Box. Ansonsten kommt ihr immer so zum ersten des Monats. Die Trend Reiner Box. Die nächste Wochenende ihr Leben. Weil wir uns nicht mehr sehen sollten. Wartet auf meine Temo Bestellung. Hm. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen.